Herzlich Willkommen zurück zu Pokémon Colosseum. Hier Hobgings auch noch habe ich gerade entdeckt. Hier sieht man nichts weiter. Die Queen wird wahrscheinlich in der untersten Etage sein. Wo man da mit dem Fahrstuhl hinkommt. Nanu, von einem Eindring hatte ich wohl gehört, aber ihr seid ja sogar zu zweit. Ja, Verwechslungsgefahr, wie es denn der Andere ist. Wieso mache ich das? Ja, einfach weitermachen bitte. Ah, es reicht sogar. Naja, es war sehr fiktiv aber. Da müsste der Biss jetzt Trussler besiegen. Ah, wenn es nicht auf Knilz geht. Oder es geht auf Knilz sogar. Ähm. Einfach zu regeln. Bis auf Trussler und Konfusion auf Knilz. Bam. Und... Bam. gist. Guck. 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 Ähhh. Komm, sag was! Deine Pokémon sind einfach zu stark! immer wenn ich gewonnen habe dann schmeichen die mir irgendwie und sagen deine pokémon zu stark du bist zu stark die pokémon so zu trainieren muss sehr anstrengend gewesen sein du hast meinen respekt auch wenn du mein gegner bist das nenne ich fair ziemlich seltsam für so eine verbrecherband muss ja auch mal so die queen ich bin auf dem weg zu dir die queen ist hier drin ich wusste es hier geht es wieder hoch hier da ich habe euch gesehen hier entdeckt ein kleiner ausflug kind von wahrscheinlich nehmen du die äh hallo so das könnte jetzt ich mach mal ein bisschen auf Kindform oder Konfusion auf Meditiv ich hoffe einfach nice bis auf Kindform Items Superball benutzen auf Meditiv Meditir das wird schon Meditieren heißen irgendwie hab ich mir früher nie Gedanken gemacht um die Ossprache ich hab's einfach so ausgesprochen wie es da stand Kindform zum Beispiel da kann man nix falsch machen aber es gibt halt den Pokémon da musst du erstmal da hinterkommen wie es überhaupt ausgesprochen wird so das war's mit dem Typen ja ich hab meine Pokémon fertig gemacht ja das haben wir meine Pokémon haben im Turnier gezeigt haben im Turnier gezeigt gesiegt und du hast dich besiegt du bist auf keinen Fall ein normaler Trainer du bist auf keinen Fall ein normaler Trainer was soll das eigentlich heißen ich bin kein normaler Trainer genau geht's hier unten noch lang nope aber ich geh mal hier hoch wo bin ich das ist wahrscheinlich der falsche Weg das ist wahrscheinlich der falsche Weg ich kann mir vorstellen dass hier noch ein Item ist oh scheint doch gar nicht so falsch zu sein ähm sie kämpfen heute nicht was ist hier schönes drei Hyperbälle das ist natürlich nice so high oh ja Pech hier ist Ducke und die Queen ist auch nicht hier da hab ich mir schon fast gedacht ich wollte das Item haben du tot und du tot das ist nicht mal Vielfalt und das reicht nicht aber ich hab ja noch nach Tara und da reicht das natürlich bam jetzt sag ich schon mal bam das sollte ich mir abgewöhnen noch ein Loturzel ich hab nur so leicht das Gefühl dass sein Lieblings-Pokemon ein Loturzel ist gerade eben hat dieser Diamant auf der Stirn also Diamant Kristall was auch immer das sein mag ge-belinkt ge-funkelt der Edelstein ich sag einfach Edelstein 34 nice ach da war noch ein Loturzel das ist glaube ich ein Scherz oder das ist glaube ich ein Scherz oder das ist glaube ich ein Scherz oder zuerst er nimmt den falschen Weg und dann stehen da so zwei Typen oder zumindest ein Typ der nur Loturzel einsetzt ich hab schon wieder gemacht ich hab schon wieder gemacht Dyskonfusion Dyskonfusion bam zeh ich das jetzt vollkommen möglich du bist echt stark aber die Queen wirst du nicht so leicht besiegen Hier ist Endstation, ich darf euch nicht durch. Ich spreche dich gerade von hinten an. Naja. Oh, Kleinstein. Lothurzel. Habe ich mir schon fast gedacht, dass die hier ein Lothurzel hat. Die Frage ist, was ihre übrigen zwei Pokémon sein werden. Vielleicht ein Kleinstein. Ach, Mist. Schnäppke. Und Bummels. Ach, das reicht doch nicht. Zack. Ich darf jetzt nicht auf Zack umsteigen. Das ist das. Dann, zack, zack. Krr, ihr habt's geschafft. Und wie. Aber die Queen wird nicht gegen euch verlieren. Äh, doch, wird er. Und es geht hier runter. Ähm, da war ich. Ich muss jetzt hier hoch, genau. Jetzt ist die Frage, ob rechts oder links. Ich entscheide mich für rechts. Wenn ich jetzt schlage, wird die Queen mich bestimmt belohnen. Ja. Wenn. Die Queen hat bestimmt ein Krypto-Pokémon. Zum Glück habe ich mir die Hyper-Bälle da geholt. Und die Queen werde ich für diese Folge nicht mehr schaffen. Es ist jetzt mittlerweile 18.949. Vielleicht werde ich noch eine Folge machen. Ah, Psiana. Bitte Psiana überlebe. Oh. Pokémon wurden getauscht. Oh, Bodyslam. Jetzt reicht bestimmt genau. Von wegen Belohnung. Bestrafen wird man nicht. Ich werde ganz einfach so tun. Es werden wir uns nie begegnet. Jetzt will ich von Anfang an tun sollen. Ähm. Items. Kann ich aber einen Trank einsetzen? Habe ich bisher noch nie gemacht. Oder Supertrank. Jetzt noch. Da. Hat er nur 77kp gehabt. So, jetzt ist es voll. Okay, hier geht es noch runter. Ähm. Kann man nicht runterfallen. Kann man nicht runterfallen. Hä? Oh, das ist ja fast gar nichts ab. Und ich bin da. Ich bin da. das ist ja fast gar nix hat ich hätte lieber mit Konzession auf die Miesel gehen sollen aber naja das wäre es schön gewesen wenn es nochmal zurückgeschreckt wäre ich mach nochmal Bist und dann setze ich einen Superball ein ja ähm wenn ich nochmal gegen die kämpfen kann dann schneide ich es noch am Ende der Folge ran jetzt hat Natura ein Problem was was ich hätte gern gegen so einen starken Kämpfer ich hätte gegen so einen starken Kämpfer siegen sollen das kann aber nur ein Witz sein jo das war's mit der Folge dann bis zum nächsten Mal tschüss mit 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 mit